Geh weg, ich weiß mal wo wir uns sind. Und jetzt bin ich grad ein bisschen blöd hier, ich mach jetzt grad die Steine weg. Das ist ja ein bisschen blöd, weil die kann man ja noch verwenden für beide. Da braucht ihr dann kein Nutzholz immer verschwenden, weil das Nutzholz geht ja immer kaputt und dann... Ah, ist alles hoch! Dann könnt ihr lieber die Steine verwenden, anstatt hier irgendwie Nutzholz zu verschwenden. Auch ganz praktisch eigentlich, sei ja, damit auch wieder Geldsport zu sein. So, vier Felder. Oh, ich weiß auch nicht, was ich... Ja, es gibt was noch zu sagen, eigentlich nicht mehr viel. Da ist ja eigentlich auch für den Gameboy was gekommen ist und ich hab's natürlich auch für den Gameboy. Ja, ein echter Vergadet will ich auch für den Gameboy. Und ja, nach 50 Jahren, die kommt ihr natürlich auch... Und schenkt... Ja, ich wollte die heutigen Einnahmen ab. Ja, mach das mal so. Und ja, es gibt natürlich auch Power-Bern. Die eurem Amt da ist schon. Na, da ist ein umliebte Lett-Player. Findet ihr natürlich... Die immer besser neue Aussage. Also ihr könnt euch länger werben. Soll ich gehen. Und zack. Und... Und... Oh, da bitte schon die... Ach, der Müdungstübel. Da muss ich mit den Taschentuch oder Aktuch oder was immer. Und... Weil die natürlich nie auswenden. Es ist immer dasselbe. Äh... Ja, das Schütze dann natürlich nicht nutzen. Und... Ja, genau. Das kann man nicht vor... Nein, du nennst. Ich kann mal gegen Axt aus. Weil die Axt ist eigentlich das, was man da hat. Anfangen an soll sehen. Wirklich nach oben. Und... Und ja... Zack. Zack. Da muss ich eh nicht viel. So, zack, zack. Pum, 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 pum. Nein, doch. So, ist natürlich jetzt ein bisschen geschitten, weil ich ja... Bei der Müdungstube. Weil ich hätte die Gieß kann auf Level 1. Und ja... Ich bin da viel. Ich kann immer bloß einziehen. Auf höheren Stufen kannst du natürlich dann mehrere Fälle auf dem... Wir bessern und sind schon leer. 9, 10, äh... 8, 7, 20, 30 Fälle nur. Uh! Oh, die dritte Stube. Ist ja gleich vorbei. 8, 20. Oh, vierte Stube. Ja, viel Geltung. So, zack. Du. Alter. So, und dann haben wir es auch geschafft. Dann können wir jetzt wieder fenden gehen. Also nach hier. Dann mit... Das war's heute. Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht. Und so endet also, der erste Tag. Baum, no, no. Pundis. Oh, ich bin Bon, der Reisendentwickler. Oh, ich bin Händler. Ja, ich habe so viele Damen. Ganz teuer und alles zu kotzen. Das ist immer schlimm bei denen. Oh, kein Blut. So, dann können wir mal in die Erträgung. Wie es gab es denn gestern? 311. Also 200... Oh, was. 2001. Okay. So, und das sieht man schon aus. Also, die ersten Herzen sind nach unten gegangen, weil ich verdienisch gemacht habe. Aber ich brauche eigentlich bloß noch zwei. Und ich muss mich grad ein bisschen an was setzen. So, also Navi, Jeff und Gold. So, ich habe noch ein paar Jahre alt. Oder Akpaha und Asni gesehen. Das sind also nicht mit uns so befreundet. Also, das können wir noch alles ändern. Wir haben ja noch viel Zeit. Viel Zeit. Und ja, es geht erstmal weiter und wieder ins Gebirge. Und ja, wo sind die denn eigentlich? Das war eigentlich Montag. Montag standen die noch eigentlich hier. Die müssen jedoch da sein. Der ist so. Also, der Objektator geht wieder nach oben. Und wir wollen uns natürlich die Bambus-Sprosse. Den wollen wir dann Talen schenken. Oh, ein Objonschen. Objonschen. Objonschen! 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 Das könnte leider nicht sein. Ich gehe dich einfach ein, natürlich. Mach mal das hier. die da hat sich schön wenn man die Bank es gab ja weiter nicht schade ab der Tatmau bei der Eckenfälle rum also jetzt einer und die kann man mitnehmen mit dem Gottmann aus dem Herd wir können auch dort ab oder so weiter da bleiben alle wieder aufbauen ein Köln wohl macht ich bin ich hier ein bisschen schade er hat ihn auch ein bisschen mehr mit Tieren machen, dass man sich die Kette fangen und auch die Geräge mit einsparen, ein Gereckshaus und so, ja alles fehlt mir eigentlich ein bisschen bei Haus Moon eigentlich. Die Kette wird abgeschlossen, ja. Und da ist die Klinik, was? Aktiven? Ich möchte der verschönneste Eigenschwester. Was ist das? Hier! Häh, häh! Du, spiel nicht solche Spiele mit mir! Und ich werde mich gleich sauer, sie wissen, certificate Bahnauerung, oder? Was? Zum Drumum! Hey, wo ist bitte denn hin? Oh, Schweineyal! Malen, wir müssen nicht von hier, oder? So. Ja, ich salz ehrlich. Ich arbeite in der Klinik. Ich ging übrigens, jetzt merkst du, dass sich niemand hinter dir versteckt. Wär mich gleich da! So ist das Glück, mein Mann! Der ist ein Sarien! Oho! Ah, die Wand! Na ja, nicht! Uaaaah! Ups, verdammt! Ups, ich hab den gleich wieder verkackt! Scheiße! Ach, ich hab den gleich wieder verkackt! Und ja... Also, auf geht's! Oh, kippt! Dann kann man hier noch was abholen, nenne ich wieder ein Graus! Graus! Da talkin' ich ja, das wird verlassen! Oh! Ehe! YouTube, nachdem sie ihn st lijken! had Die. Was? Was? Nein! Das nicht! Doch, also... Oh, mach mich nicht, Schabby. Oh, danke, Juhu. Voll, gut, gut. Dann hol' wir uns noch die anderen. 3... 3... 2... 1... 1... Nein, eh, ne? Jo, zack, du alte Sau. Gib mir dein Geld. Auch wenn ich nichts liefere, gib mir dein Geld. Hab' ich eigentlich den Wohinich vorhin reingeschmitten? Mit, mit, mit. Nein, nein. Na, mal gucken. So. Hm, komm schon, mach' ich nicht. Und da auf. So. Äh, geil, fliegst du? Alla, ich suche richtig das immer. Und das fliegst. Juhu. So, wie scheiß ich denn auch, weißt? Äh, ne, komm gerade will ich nicht. Bin ich auf die Afträge? Dann will ich... Da, 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 da. Ich war scheiße. Puh. Das macht man nicht. Ah, fuck, dann muss ich morgen was machen. Hör. Du hörst. Ich bin ja auch, wenn du das brauchst. Ohohohoho. Nääääh. Ääääh. Nääähä. Nääähääh. Na. So, dann krieg's noch mal ein Gelbe, wir sind da ja angeschnitten und noch mal so. So, dann hilft er mir vielleicht, vielleicht hat er ja dann schon Eier. So, dann geht's weiter. 55 Jahre trinkt jetzt mein Tisch. So, hier. Jibiii. Ah, Mann. Das ist doch so schlimm immer. Alles Hamutschaden, ja. Ah, nein, das nicht. Das ist bald, nein. Wieso hat es gelangt? Wieso? Werleina, warte drauf. So, naja, das soll erstmal der eigentliche Einblick zu den neuen Projekten auf Modern Wonderful Life, ja. Das ist natürlich jetzt nur mal so klein. Also, ich weiße, welches hab ich den noch nicht mitgenommen. Hab ich den noch nicht mitgenommen, ja. Gut. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Und dann verabschiede ich mich hier eigentlich schon wieder von euch. Denn das hab mir eigentlich erstmal wieder Spaß gemacht. Geht ihr hier einfach zum Tageluch, dann könnt ihr hier halt im Tageluch schreiben. Oder laden. Steuerung 1, 2. Warte, Flora, Gesicht. Oder auch nicht. Und dann geht hier einfach auf Speichern. Ja, das war der erste Versuch und da hat's praktisch wieder Scheiße gemacht. Da speichere ich jetzt hier einfach mal drüber und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.